Hi Gude und herzlich willkommen beim MishkaCast, deinem Podcast zu Pen & Paper und Hörspielen. Heute sprechen wir wieder über unsere Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit und wenn ich heute wir sage, dann meine ich die gute Lassander. Hallo! Und meine Wenigkeit, Lassander spielt in der Fanfiction oder spricht in der Fanfiction Hermine Granger. Da kommen wir jetzt gleich dazu. Erstmal ein paar Fragen zu dir als Potter-Fan Lassander. Was bedeutet das Potter-Verse denn für dich, beziehungsweise bist du, wie man ja in der Potter-Gemeinschaft gern sagt, eher so das Halbblut, das nur die Filme kennt? Oder hast du auch die Bücher gelesen? Wie tief geht dein Potter-Fandom? Also ich würde da schon sagen, ich bin eher so der Potter-Head. Also ich habe die Bücher gelesen, ich habe die Filme mehrmals gesehen. Ich war in London im Studio, also diese Studiotour und ich habe in Hamburg das Theaterstück gesehen. Und zwar nicht die gekürzte Fassung, sondern die Originalfassung in zwei Teilen mit, ich glaube, sechs Stunden insgesamt. Also das Theaterstück von Cursed Child. Genau, ja. Ah, okay, ich sehe schon, da ist jemand mittendrin und ja, ich kann jetzt mal aus dem Nähkästchen pläudern. Du hast mir auch mal als Mitbringsel ein Monster Book of Monsters selbst gebastelt, was mich mega gefreut hat. Vielen herzlichen Dank dafür. Kannst du dich da noch erinnern, wie du damals zu Harry Potter kamst? Wo waren die Bücher da zu der Zeit? Also bei welchem Band? Oh, ich bin, glaube ich, relativ früh eingestiegen. Also ich kann mich erinnern, das war gerade meine Hauptschulzeit, wo der Potter-Vibe angefangen hat. Also wo das gerade eben bei uns dann auch so bekannt wurde und die Leute angefangen haben, das zu lesen. Ich habe es nicht ganz von Anfang an. Also zuerst war ich so ein bisschen, weiß ich nicht. Aber ab da, wo ich dann angefangen habe, war das dann auch so ein gespanntes Warten, bis das nächste Buch herauskommt. Und ich weiß, ich war einmal bei einem Freund am Wochenende, habe bei dem übernachtet und der hatte das neue Harry Potter-Buch. Es müsste, ich glaube, das sechste Band gewesen sein. Und ich hatte den noch nicht gelesen und habe mir dann gemeint, kann ich mir den von dir ausborgen? Und habe dann aber natürlich dort schon angefangen zu lesen und habe dann irgendwie die ganze Nacht durchgemacht. Du warst dann nach Sander abgemeldet. Ja, da war ich dann die ganze Nacht irgendwie beschäftigt mit Lesen, statt dass ich geschlafen hätte. Ja, das kenne ich vom vierten Band, den habe ich mit meiner damaligen Freundin zusammen gelesen, haben wir uns dann abgewechselt beim Vorlesen, wenn der eine zu müde war, der andere weitergemacht hat. Ja, das war schon eine geile Zeit, das stimmt. Ja, und wenn ich gerade überlege, ich glaube, ich habe früher sogar auch ein oder zwei Bücher als Hörbuch mal gehört gehabt. Also, weil ich weiß, die hatte ich mir von einer Freundin ausgepackt, weil ich habe die nicht gehabt als Hörbuch, aber sie hat das als Hörbuch. Aber ich weiß da gerade nicht mehr, welcher Band das war. Also, ich muss sagen, ich war ein großer, großer Fan von den Hörbüchern, also auch von dem Hörbuch-Sprecher Rufus Beck. Ich weiß, ich glaube, es gab später nochmal andere Versionen, wenn ich recht informiert bin, aber ich habe die Version von Rufus Beck gehört und er hat halt die Stimmen so gut vertont. Deswegen habe ich zum Beispiel Arthur Weasley immer noch mit so einem norddeutschen Dialekt im Ohr permanent, obwohl er eigentlich mit Norddeutschland nichts zu tun hat. Also, genau, habe ich es gar nicht mehr im Kopf, aber ja, nachdem das auch noch zu meiner Schulzeit war, müsste das, wenn das die erste Version ist, müsste ich eh auch dann ihn gehört haben. Ja, war so wirklich phänomenal gut. Also, auch sehr gut passend zu Charakter, was mir zum Beispiel noch mega gut im Ohr bleibt, ist aus Feuerkelch bei der Quillage-Weltmeisterschaft der Ludo Beckman, der quasi diese Wetten da annimmt, was der leider in den Filmen gar nicht vorkommt und ich verstehe nicht warum. Der hatte da so ein Kölschen-Dialekt, wo er dann sagt, die sprechen Kobold, kack, ich verstehe keinen Kobold, kack, ich kann nur ein Wort, das ist Blattwack, das heißt Spitzhacke. So gut, so gut. Ja, sowas macht es dann aus, also wenn man da auch dann nicht für jede Rolle einen eigenen Sprecher hat und man trotzdem aber jeder Rolle irgendwie so den eigenen Charakter verpasst und eben dann noch vielleicht mit Dialekten oder so, also das macht es schon ganz, ganz gut. Und das macht es dann auch wesentlich angenehmer zum Hirten. Ja, mega, mega. Also, er hat natürlich auch eine Schauspielausbildung, hat er natürlich Vorteile, wir sind zwar als Rollenspieler so ein bisschen mit Stimmen machen, hobbymäßig beschäftige ich mich natürlich nicht in der Qualität, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, aber ich bin da zum Beispiel nicht so ein Kandidat dazu, ich kann das nicht so gut, finde ich. Hast du so einen charmanten österreichischen Dialekt, du brauchst deine Stimmen nicht zu verstellen. Danke. Ja, aber der passt halt auch nicht überall. Also, das war jetzt auch so am Anfang ein bisschen das, wo ich mir gedacht habe, so, ah, Hermine mit österreichischem Akzent, na, ob das passt? Naja, vor allem, es war ja eine andere Sprecherin vor mir, die hatte ja einen deutschen Dialekt. Ja, ja, das schon, aber das sehe ich jetzt nicht so dringend. Also, ich könnte mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, wenn Severus sie wieder sehr, sehr reizen würde, dass dann Hermine irgendwie mal den Wiener Schmäh beschimpfen würde. Also, wäre ich absolut offen dafür. Ah, das wäre witzig. Oh, da müsste ich mir noch ein paar originalen Wiener Schimpfwörter aussuchen. Also, wir haben genug davon. Wir basteln da mal was. Oh, sehr gut. Kann man ja sonst, äh, vielleicht als kleines Bonus-Feature mal machen. Äh, genau. Weil, soweit ich es jetzt im Kopf habe, weiß ich jetzt nicht, äh, wie sehr es in der Story vorkommen würde, aber eben, da kann man ja vielleicht was basteln. Also, ich glaube, die großen Streitszenen sind vorbei. Die gab's, ja? Jetzt geht's eher so in Richtung, dass sie sich irgendwie zusammengerauft haben. Aber was ich mir gut vorgestellt habe, ist, dass wir genau mal so eine Bonus-Szene machen, wo sie, äh, irgendwie was zusammenbrauen. Und Sabine, äh, Hermine ist mit irgendwas nicht ganz sicher und sagt dann, ah, geht, der's bast. Und Snape springt so unter Tisch. Wird schon basteln. Wobei das wieder nicht so sehr Hermine ist. Genau, genau. Das ist ja sehr korrekt und akkurat, was die Sachen angeht. Also, gerade bei Zaubertränken, wo man ja auch sehr darauf achten muss, dass das alles auf das Heibergramm genau ist, also, und, äh, in die richtige Richtung gedreht und, ja. Hm, ja, ja, sie ist ein sehr überkorrekter Mensch bei den Menschentypen, würde ich jetzt sagen, definitiv ein Blauer, beziehungsweise eine Eule. Vielleicht kriegen wir irgendwie, keine Ahnung, eine Aushilfe rein, die dann mit noch breiterem Wiener Dialekt spricht und sagt da irgendwie ein Gramm-E-Rumpend, ein Kilo-E-Rumpend-Torn, ah, der's bast. Und dann die Bude in die Luft fliegt. Gut, nächste Frage. Was hat dich denn bewogen, bei der Fanfiction mitzumachen? Äh, du hast mich dazu bewogen, bei der Fanfiction mitzumachen. Äh, naja, nachdem du mitgekriegt hast, dass ich doch ein ziemlicher Harry-Potter-Fan bin und wir da dann drüber gesprochen haben und ich ja die Fanfiction davor dann auch schon gehört hab und ich war dann zu ungeduldig zu warten, dass die ganzen Folgen rauskommt, das heißt, ich bin dann irgendwann mal zur Original-Story abgewandert und hab mir das dann, ja, sagen wir mal, da hab ich dann auch viel Zeit damit verbracht, also meine Nachmittage damit verbracht, da zu lesen, statt anderes zu tun, weil wenn ich dann mal da so in der Story bin, dann will ich ja auch wissen, wie es weitergeht. Also die Fanfiction ist ja auch wirklich riesig, also ich will jetzt nochmal genau nachgucken, 2,1 mal so groß wie die Bibel. Und man muss ja wirklich ehrlich sagen, über den Daumen gepeilt kommen Termine in jeder Folge vor. Also es gibt ab und zu mal so eine Lücke drin, wo sie nicht drin vorkommt, aber das kann man wirklich so an einer Hand abzählen gefühlt für das ganze Ding. Also Kapitel 84 kommt sie mal nicht vor, am Anfang kommt sie ein bisschen weniger vor, danach ist es halt ein durchgehender Balken jedes Kapitel. Und ja, du brauchst halt dann auf jeden Fall, also wenn du so eine Fanfiction planst, jemanden, der dann sagt, ich hab den Bock, da regelmäßig was für zu machen, weil natürlich will ich ja auch nicht die Leute dazu gängeln, was sich abgesehen davon, dass ich keine nerven will, auch sehr auf die Stimmqualität niederschlägt, ob ich jetzt locker bin und Bock habe, was zu tun oder ob ich so ein Flüchtbuch, also zum Beispiel geht es mir so, wenn ich jetzt irgendwie spät dran bin oder die Woche viel zu tun hatte und lese dann freitagsabends unter Druck ein, dann rede ich nur Fehler, dann kriege ich die runde Stimme nicht hin, wie ich es will. Ja, das ist dann auch für einen selber mühsam, weil dann muss man den gleichen Satz zum zehnten Mal sagen und man ist immer noch nicht zufrieden. Oder das andere wäre dann halt, dass man das eben schnell, schnell einspricht und sich denkt, ah, passt schon. Ja, passt schon. Und dann meldet sich der Mischka freitagsabends, da ist ein Fehler drin, kannst du bitte nochmal. Und ich hab da jetzt was anderes vor. Ja, wobei das zum Glück jetzt bei uns nicht so häufig vorgekommen ist, dass ich Sätze noch einsprechen musste. Kommt auch generell nicht häufig vor, was ab und zu mal passiert ist, dass Sätze vergessen werden, einfach im Eifer des Gefechts, das ist ganz normal. Wenn dann alle Stricke reißen, schreibe ich sie schnell indirekt in Rede rum, aber dass jemand wirklich Fehler drin hat, das bemängle ich dann quasi nur, wenn es ein gegenteiliges Wort gesagt worden wäre, also die ganze Logik des Satzes hinfällig wäre. Ja, ich kann mich erinnern, ich glaub, ein paar Mal war es, weil die Aussprache vom Namen nicht korrekt war, gut. Ja. Das ist dann so. Daraus hab ich gelernt. Ich werd's mir immer noch nicht merken, wie man den Spiegel richtig ausspricht. Daraus hab ich tatsächlich gelernt, ich mach jetzt eine weitere Fanfiction, oder nicht, Quatsch gar nicht, ich mach ein weiteres Hörbuch, eine Nicht-Fanfiction, und da lese ich alle Namen vorher ein, damit alle Sprecher quasi die Namen eingehört haben. Oh, danke, 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 ja, das ist super, weil eben, dann tun wir uns auch ein leichter, weil dann können wir im Zweifelsfall einfach mal reinhören, wie du den Namen gerne ausgesprochen haben willst, weil selbst wenn ich woanders dann irgendwo auf ein YouTube-Video gehe, kann ich mir ja auch nicht hundertprozentig hier sein, ob der denn jetzt richtig ausspricht. Ja, genau. Also von dem her, wenn du da eine Vorgabe machst, wie du den Namen gerne ausgesprochen hättest, dann können wir es uns immer wieder mal nachhören und das dann so machen, wie das gut wäre. Ich denke mir immer, das ist aber auch vollkommen okay, wenn das die Sprecher unterschiedlich aussprechen, denn jeder Mensch hat ja ein anderes Sprachpattern. Und zum Beispiel sagt Rufus Beck in den Hörbüchern zu Neregib, Neregib, also wenn zwei Äs drin wären, als wenn zwei Äs drin wären, als wenn es Bergeren umgedreht wäre. Und das ist aber vollkommen okay, weil andere Leute sprechen Wörter anders aus, ja. Ja, es sollte trotzdem nah genug aneinander sein. Ja, ja. Und es sollte vor allem im Charakter dann auch konstant sein, wie man es ausspricht. Weil das fällt dann eher mehr auf, wenn es einmal sehr klar ausgesprochen wird und das nächste Mal im Dialekt oder so, wenn der Charakter sonst nicht sehr im Dialekt spricht. Auch ein bisschen komisch. Apropos Charakter, du sprichst Hermine Granger, also quasi neben Harry und Snape die Hauptcharakterin der Fanfiction. Jetzt ist natürlich eine super schwere Frage, gerade bei so einem Charakterfilm wie Hermine, aber vielleicht kriegen wir es hin, was gefällt dir denn an Hermine am meisten? Vielleicht erst mal nur auf die Fanfiction bezogen und dann nochmal, oder erst aufs Allgemeine, wie du willst? Ich mag eigentlich ihre ganze Art, also sowohl in der Fanfiction als auch in den Büchern, als auch in dem Film. Also dieses Wissbegierige, immer was Neues lernen wollen und auch ihre Meinung vertreten. Also wenn sie von was überzeugt ist, dann ist sie von was überzeugt und dann macht sie da auch keinen Held raus und dann steht sie auch dafür ein, auch wenn sie da Gegenwind von anderen kriegt oder nicht so viel Unterstützung kriegt, wie man bei den BELFern, also bei dieser... BELFern, ja. Ja, genau. B.f.r, bitte. Entschuldigung. Die BELFer-Sache. Ich hatte es jetzt nicht mehr so genau im Kopf. Alles gut. Ihm ist doch schon ein bisschen her, dass ich die Bücher gelesen habe und auch, dass ich die Filme gesehen habe. In den Filmen kommt es leider auch wieder nicht vor. Ja, stimmt, in den Filmen kommt es gar nicht vor, ja. Deswegen, ich glaube, dass ich die Bücher gelesen habe, ist mittlerweile, ja, bald 20 Jahre her, also. Ne, ich bin jemand, ich lese Bücher normalerweise nur einmal. Also selbst wenn ich sie sehr gerne habe, bin ich jetzt nicht jemand, der sie jetzt unbedingt nochmal rauskrampt. Genau, also das sind so die Sachen, die ich an ihr besonders mag. Ich mag auch ihre Charakterentwicklung in den Büchern. Sie ist doch dann sehr viel mehr selbstbewusster geworden und eben noch mehr, dass sie für die Sachen eintritt und eben eine sehr starke und gute Freundin für Ron und Harry. Also eine sehr untypische Charakterentwicklung, zumindest psychologisch gesehen. Sie ist ja am Anfang in einem Aspekt, ohne jetzt übertreiben zu wollen, typisch Mädchen. Und zwar dieses, als Ron einmal über sie lässt, hast du gehört, Leviosa, nicht Leviosa. Oder später, wo sie auf der Treppe hockt und die Vögel zaubert und Ron mit Lev Lev rumknutscht. Und sie ist halt mega eingeschnappt. Das ist was, was Damen ab und zu mal gut können. Das hat sie quasi zum siebten Band teilweise abgelegt. Teilweise kann sie Sachen ansprechen, als natürlich Ron abhaut, dann frisst sie das in sich rein und es platzt nochmal. Aber das ist schon psychologisch eine große Wandlung und die ist, finde ich, in der Fanfiction noch stark weitergegangen, weil sie da sehr viele Sachen mit Severus auf einer Kommunikations-Meta-Ebene anspricht, die normalerweise verschwiegen werden und dann gesagt werden, na, was macht der? Sondern die fragt halt ganz klar Severus, was ist los mit ihnen und so weiter und so fort. Haben sie wieder was falsch diskutiert? Also da ist sie stark gewachsen. Genau, das mag ich auch an der Fanfiction dann noch ein bisschen mehr. Also klar, dort hat man einfach viel mehr den Raum, weil sich ja die Story viel mehr auf Hermine fokussiert. Also in dem Fall Hermine und Snape. Was ich am Anfang, muss ich sagen, habe ich mir echt gedacht, so, hm, weiß ich jetzt nicht so. Also habe ja zuerst auch nicht gleich gecheckt, dass es wirklich auf eine Beziehungsebene gehen wird, um es jetzt so zu sagen. Aber konnte mich dann eigentlich ganz gut darauf einlassen und ich finde so, wie es in der Fanfiction sich entwickelt und beschrieben wird und so, kann ich gut leben damit und war dann so ein, okay, go with the flow, ist okay. Also da konnte ich es dann verstehen, weil eigentlich bin ich jetzt, wenn ich sage, ja, okay, so wie sie eigentlich, eben wird ja auch angesprochen, sie hatte ja wirklich Angst vor Snape und der war halt immer der böse Lehrer. Und da dann so diesen Dörren hinzukriegen, auch wurde echt gut gemacht, finde ich, sehr gut gemacht. Genau, also es wird auch nach und nach einmal ein bisschen mehr aufgedeckt, beziehungsweise Hermine deckt nach und nach ein bisschen mehr auf und das ist dieses langsame Wachsen der Erkenntnisse in dir. Das finde ich wirklich sehr gut oder sehr nachvollziehbar aus psychologischem Aspekt dargestellt. Also da wirklich Hut ab vor der Schreiberin. Und, also ich kenne jetzt nicht so viele Fanfictions, aber ich habe ein paar gelesen, meistens gehen diese Pairings ja dann relativ schnell in Richtung Beziehung und Sexualität. Und ja, ist bei Hermine und Snape Ewigkeiten null vorhanden, bis es dann überhaupt erst mal so die Frage in den Raum kommt, ist es denn überhaupt jetzt mehr als oder nicht oder hin und her. Und beide tanzeln umeinander herum wie, keine Ahnung, zwei blinde Hunde, ewig lange. Ja, also es ist sehr langsam gekocht, also bei Filmen, es ist jetzt nicht die US-Variante, sondern eher so die Bollywood- oder K-Drama-Variante. Also es braucht mal eine Staffel, bis die Händchen halten. Das muss ich schon merken, ich kenne mich von Bollywood und K-Drama gar nicht aus, außer Extraordinary Turn-Divou, aber gut. Ja, cool. Das sind so meine Rabbit-Holes, in die ich gerade falle. Rabbit-Holes. Ja. Hast du denn was, wo du sagst, irgendwas fehlt mir noch an Hermine in der Fanfiction? Das hätte ich gerne geändert, da könnte man den Charakter noch irgendwie rundschleifen. Nicht, dass es mir jetzt einfallen würde, aber ich glaube, ich bin da dann auch nicht so kritisch. Also ich fand dann die Story so in sich für mich gut genug erzählt, in sich stimmig erzählt. Ja, also von dem her. Auch die, ich versuche jetzt mal nicht mit Spoilern zu umschreiben, die Entwicklung in Richtung beruflicher Sicht von Hermine. Das hat mich sehr überrascht, aber ja, also hätte ich jetzt nicht so gesehen, aber so wie es erklärt worden ist, sage ich, okay, ja, also ich hätte sie halt in den anderen Berufen, die sie gelernt hat, mehr gesehen als das, was sie dann am Ende gemacht hat. Aber so für die Story passt so sehr, sehr gut und ja, von dem her kann ich mir dann schon vorstellen, dass das, dass sich das dann halt einfach durch die Entwicklung so entwickelt hat, dass das für beide dann gut passt und eben, weil sie dann halt dort auch zusammenarbeiten. Also, ja. Kannst du, wenn du dich mal in Hermine in dem, in der Fanfiction reinversetzt und auch das, was wieder später mit ihr geschieht, wo sie sich hinentwickelt, ihr Vater ist ja teilweise overprotective. Ich meine, ich kann das mega nachvollziehen als Vater von einer einzigen Tochter. Wäre ich auch, also kann ich, kann ich da auch sehr gut verstehen, ja, also ich meine, das Leben ist nicht nur älter, es ist auch der Lehrer, der irgendwie eben, der schlimmste Lehrer, von dem sie immer geredet hatte. Also, das ist jetzt nicht unbedingt jemand, wo man sagt, ah, ja, da wird jetzt Papihocher Freund sein, wenn man den mit nach Hause bringt. Und er ist jetzt ja von seiner Art her, wie soll ich das jetzt freundlich formulieren, nicht der Umgänglichste und jetzt nicht Everybody's Darling und Mama liebst der Schwiegersohn. Mhm. Obwohl, als Schwiegersohn zeichnet ihn, finde ich auch, dass er Themen direkt anspricht. Das ist ja, also zumindest meine Erfahrung, das, was oft zu Konflikten führt, wenn man so Sachen schweren lässt und irgendwie so um Themen rumgetänzelt werden. Das macht ja Severus gar nicht. Ich meinte jetzt auch die berufliche Entwicklung, das ist ja eine Entscheidung, die Jermine dann getroffen hat und da der Vater am Anfang so ein bisschen versucht, es ihr auszureden, aber dann auf jeden Fall auch mitzieht. Findest du als, in Anführungszeichen, fiktiver Vatercharakter alles nachvollziehbar oder sagst du, ist ein bisschen übertrieben? Mhm. Also ich könnte mich zumindest nicht erinnern, dass mich daran irgendwas jetzt groß gestört hätte, aber ich konnte den Vater auch verstehen und seine Reaktion, daran erinnere ich mich noch. Irgendwas war da, wo ich mich dann auch ein bisschen so gedacht habe, ah ja, nee, muss jetzt nicht sein, aber ihr Vater hätte sie wahrscheinlich auch eher in anderen Berufen gesehen, als das, was sie dann gemacht hat. Vor allem, weil die Eltern ja Zahnärzte sind und sie ist ja in der Fanfiction, also bevor sie überhaupt die Ausbildung zur Tränkemeisterin macht, war sie ja Mungus in der Heilerausbildung, was ja quasi das magische Pendant zu dem Mugelarzt ist, da waren die Eltern bestimmt mega happy, ah, Tochter tritt in unsere Fußstattung. Natürlich, ja, also ist halt dieses typische, die Eltern sind glücklich, wenn das Kind einen so angesehenen Beruf weitergreift, ja, also, aber im Grunde muss sie ja wissen, was sie mit ihrem Leben macht und sie glücklich sein und nicht unbedingt eben, ich denke, ihr Leben lang dem nachrennen, was andere meinen, was gut für sie ist oder was die Eltern von ihr gerne hätten, weil es ist ihr Leben, sie muss es leben und nicht ihre Eltern. Das ist der härteste Teil für Eltern im Leben, das zu akzeptieren. Ja, ja, es ist auch für die Kinder nicht immer leicht, das dann einzusehen, dass man eben nicht irgendwie immer den Idealverständungen der Eltern nachlaufen muss, sondern sein eigenes Leben als sein eigenes Leben zu leben und seine eigenen Ziele und Träume zu verfolgen. Was ich in der Fanfiction gut gelöst finde, also in den Büchern kriegt man jetzt von Hermines Eltern nicht allzu viel mit, wie die so drauf sind und in den Büchern, jetzt auch, glaube ich, zu viel gespoilert wird nicht, die Mutter ist sehr harmonisch, sehr entgegenkommt und so fort und der Vater ist so ein bisschen mehr, direkt ein bisschen mehr dickköpfig und ich fand, das passte sehr gut, weil Hermine ist ja auch jetzt kein super Weichspülcharakter, sondern sie hat ja ihre Meinung, ist eine gestandene Frau und das erklärt das jetzt auch so ein bisschen, dass sie da die Erziehung von Vaters Seite mitbekommen hat. Ja, ich glaube, das wird sogar irgendwie angesprochen von wegen, die Köpfigkeit habe ich von meinem Vater geerbt oder irgend sowas in der Richtung. Das sagt auch die Mutter irgendwann mal, das hat sie von meinem Mann. Ja, also so, genau, so welche Sätze fallen, glaube ich, ein paar Mal, ja, also sowohl in der, also ich glaube auch in der Fanfiction. Ja, genau, und da sagt auch Samverse tatsächlich nach so einem Treffen, weil man sieht der Apfelfeld nicht weit vom Schein, machen sie das jetzt, Samverse. Ja, sowas finde ich aber auch gut, wenn die Kinder dann auch zu den Eltern passen, so charaktermäßig. Ja, das Thema hatten wir grundlegend auch schon in ein paar anderen Podcastfolgen thematisiert, dass die Fanfiction sehr gut da drin ist, Alltagsdinge gut zu beschreiben und nachvollziehbar zu machen. Also die Bücher zeichnen sich ja meistens so aus großen Events oder in der Schule, also in dem Unterricht, Sachen aus. Und die Fanfiction macht sehr wenig im Unterricht oder sehr wenig oder im Verhältnis sehr wenig große Events, sondern halt wirklich, wie ist das Leben einfach gestrickt und macht da interessante Sachen draus und das mag ich sehr gerne. Ja gut, ist halt ein anderer Fokus, ist aber auch leichter, wenn man halt, jetzt sagen wir nur ein Paar hat, das man da voranbringt, statt, ich erzähle die Geschichte dieser ganzen Welt mehr oder weniger. Ich glaube, sie hat ja sowohl die Malfoys mit drin beschrieben. Ja, also sie hat die ganze Welt mit drinnen, aber sie musste die Welt nicht mehr so sehr beschreiben, wie in den Büchern der Fall war, weil da war die Welt noch neu. Jetzt kennen die meisten wahrscheinlich, die die Fanfiction lesen, die Harry Potter Welt schon. Also da muss man dann nicht mehr so sehr erklären, wer die Malfoys sind, weil den meisten wird schon was sagen, das meinte ich. Also von dem her ist es dann ein bisschen leichter, sich auf andere Situationen zu konzentrieren, weil man das Große und Ganze nicht mehr so beschreiben muss. Aber ja, es sind auch halt sehr unterschiedliche Schreibstile generell und Storylines. Das ist halt wirklich eine sehr beziehungsorientierte oder paarorientierte Storyline, das andere ist halt eher die Action-orientierte, weil da muss ja auch in jedem Schuljahr irgendwie... Groß was passieren. Ich meine, ich finde es sehr nett von Voldemort, dass er es eigentlich immer so am Ende des Schuljahres dann irgendwie erauftragt. Er lässt Harry ja zumindest seine Schulbildung haben, ja. Könnte ja auch in den Ferien was passieren, aber meistens ist es dann doch eher die Action während des Schuljahres. Genau, die Bruderzer wollen auch mal Ferien haben. Ja, genau. Man muss sich ja vorbereiten. So ist es. Und jeden Sommer ist zu heiß, nein, will man ja nicht. Fehlt dir an dem Charakter oder an den Büchern, also an der Fanfiction, noch irgendwas, dass du sagst, okay, das hätte man noch mal mehr nachbesprechen müssen, damit es gut zu den Büchern passt? Oder sagst du, na, das passt so für mich dafür, dass es in Anführungszeichen eher eine alternative Zeitlinie ist nach dem sechsten Buch? Wird mir jetzt so auf die Schnelle nichts einfallen, aber eben, ich glaube, ich bin da auch, ich bin da eher sehr unkritisch bei sowas. Solange sich die Geschichte für mich gut erzählt, kann ich über Unstimmigkeiten, also über kleinere Unstimmigkeiten und sonst was sehr gut hinwegsehen, ohne dass es groß bei mir hängen bleibt und ohne dass es mich stört. Also, ja. Deswegen bin ich für so welche Fragen meistens nicht vielleicht der beste Ansprechpartner. Okay, dann danke ich dir recht herzlich für die Zeit, die du mit dem Podcast gemacht hast. Und natürlich auch vielen Dank für die riesige Zeit, die du aufwendest, Termine einzusprechen. Das ist ja nicht wenig. Ja, aber es macht Spaß. Das ist die Hauptsache. Ja, dir da draußen, danke fürs Zuhören. Wenn du Fragen oder Feedback hast, schreib die gerne unten drunter in die Kommentare. Wenn du Fragen an die Sprecher hast, leite ich natürlich gerne weiter, entweder aus den Kommentaren oder schreib mich auf den NerdPol an oder in Twitter oder in Instagram. Ich bin auf ziemlich vielen Plattformen zu erreichen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.